Peng Peng! BroZetoGang! Hola! Servus! Wir haben uns hier wieder bei Lorken versammelt auf seiner geilen Porno-Couch und spielen heute eine 2 vs. 2 FIFA-Champions. Das Ganze wird noch ausgelost. Teams sind nicht fest. Wir ziehen jetzt aus einem Hütchen ein paar Schnipsel. Spidey. Mach ich mal gucken. Loco. Holzi. Und Mayo ist meine Wenigkeit. Ihr seht, wir haben wieder den Like-Master Marius am Start. 10.000 Likes. Der wird ja wieder die 10.000 hier voll haben. Also Leute, für das Video. 10.000. Das sind easy, oder? Für diese Oberschenkel hier, Alter. Das wird auf der Straße geklärt. Weil ihr beide so viel redet, losen wir jetzt. Ich misch du los. Okay. Der erste Name. Oh Gott. Das ist Blut. Boah, ich merke schon, dass wir nicht trauen. Majus! Majus, okay. Der wird der zweite Name sein. Wer kommt mit Marius in dein Team? Ich glaube, du ziehst Lorken, ey. Das wäre ja langweilig. Okay. Okay, lassen wir das Schicksal entscheiden. Spidey. Das bin ich. Okay, okay. Okay, nicht schlecht, Junge. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Bitte nicht einschlafen jetzt mitten im Spiel. Okay? Mr. Pirat. Bleib doch mal hier. Team Lucas und Marius. Sorry. Team Marius und Lucas. Barcelona. Das Billigteam? Die anderen Real Madrid. Alles klar. Ronaldo. Bester Spieler EU West. Ja. Absolut. Sechs Jahre im Knast. Der Lars, der wird schneller aggro. Wir gehen auf drei rote Karten von Real Madrid. Und dann haben wir easy going. Für die nächsten 15 Minuten sind wir keine Freunde mehr. Wir waren vorher auch keine. Aber danach haben wir uns wieder alle lieb. Okay, komm, man. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt stellt sich heraus. Ihr Böse. Also, Leute. Ich bin Gelb. Der Gelb Spieler. Ich bin der Grüne. Oh, scheiße. Und Locon der Rote, falls ihr euch fragt. Ich bin einfach... Was muss ich drücken? Wie kann ich das ausmachen? Was muss ich drücken? Wie kann ich das ausmachen? Ich bin einfach richtig... Machen wir hin und rückspielen? Machen wir hin und rückspielen? Ja, komm. Mach da zu gerne. Sehr schön, Suarez, Alter. Das bist du, Alter. Ja, das weiß ich. Zieh ab, zieh ab, zieh ab. Oh, Elfmeter, Elfmeter. Ganz klar Elfmeter. Das ist der Lauf. Wow, auf jeden Fall sinnvoll, weil wir schon vorbei waren. Jetzt. Oh, oh, oh. Klassischer Lars. Ich spiel noch mal weiter. Ja. Okay, komm, ich lauf rein. Ich lauf rein. Schön. Ah, Elfer. Sehr schön. Oh, ich wollte grätschen. Oh, Alter. Starker Junge. Ich mach's. Hab ich mit. Noch oben. Schieß. Oh. Abpraller. Easy. Komm, wir dort denn hin. Schick, schick. Ja, aber... Es ist okay, es ist okay. Blei Junge, der war gut. Er war on target, Alter. Aus, aus. Nein, weiter. Nein, weiter. Hoch rein, hoch rein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Du musst dich klären, ey. Ja, war alles gut. Du hast es richtig gut gemacht. Na komm, jetzt. Dann lauf. Ja, klein. Ja, klein. Ja, klein. Ja, klein. Mensch, da ist neite. Ich bin so nervös. Versuch reinzulaufen. Ja, ja, ja. Hä? Ja, klein. Ja, klein. Ich muss sagen, Alter. Ja, unten, unten, unten. Junge, du hast... Ich weiß. Du hast kein Mal. Drauf, 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 drauf. Habe ich, hab ich. Der Held ist, hier müssen wir draufhetzen. Jawoll. Ohh. Roter Kaffee. Ist ein taktisches Feuer. Geert. Ja, nee. Schon so viel Orang, ganz klar hier. Ja, du hast ne Verworte. Oh, Schepp ey. Wie liegt denn da auf dem Boden, man? Ist egal, keine Frage. Oh, Schepp. 2 Ah! Ah! Wuhuu! Was'n Ding! Das sagt ihm nix mehr, alter! Er hat den doch so reingedreht, alter! Ja, das ist echt so jung! Der war so fünf Sekunden unterwegs! Ich seh den so mal! Der muss rein, alter! Oh, sch*****! Na, was ist das? Sauber, Digga! Wir wollen einfach das Spiel kaputt machen! Wir spielen gleich nur noch mit 10, Alter! Jawohl, kleine Klasse! Gut gemacht, dann stehst du dich da! Ich mach's ruhig! Uuuuuh, ganz ruhig, hab ich doch gesagt! Nein, das gibt nen Helfer-Jugend, hör mal rein! Kann das kein Foul sein? H-Jump Strugglen und der, oh, auf dem das Wetter fliegen! Alter, stark! Er hat 100 Zeit! Huuuuh! Knackig auf jeden Fall! Ziap, 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 ziap! Oh! Jaaa! Rückraum, rückraum! Schieff, schieff! Nein, nein, nein! Jaaaa! Huuuuh! Oh, das ist gut geworden! Der Ball war zu lang da bei uns in den Karten. Sehr geil! Es wird so mal spannend, Leute! Was ist der denn? Oh nein, wie geht der? Fies! Oh, hast du! Jaaa! Boah, Junge, die drehen das Ding in Höhe Minuten! Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sie wollten eigentlich so Panna-chippen, aber Junge... Panna-Busel! Was ist denn Panna-chippen hoch, Alter? Was ist denn Panna-chippen, Junge? Der denkt sich irgendwelche Wörter aus. Weil der kein Panna-chapter macht, weil er durch die Beine aufschießt. Kennt ihr das, wenn ihr die Leute Panna-chippen wollt? Schick ihn, schick ihn. Ah, ist Abseits, oder? Jaaaa! Egal, warum? Der Panna-chipp... Ja, ich bin zu schnell gerannt. Ja, das war ein Panna-chipp, habt ihr gesehen? Panna-chipp... Panna-chipp, Junge... Ja, der geht noch! Komm, vor-chippen! Panna-chippen, hast du gesehen? Oh, Panna-chippen, hast du gesehen? Du hast nicht ausgemacht. Egal, ey. Nein, sorry. Der ist lang hier. Nee, nee. Ah! Oh, weg, Junge! Zieh! Das ist doch... Das war lang. Langes Brot, Junge, langes Brot. Chicky, chicky, chicky. Oh, der kommt noch an, ey. Easy. Was? Wo fiegt der denn da nicht rum, ey? Ja, geil. Da Panna-chippt der. Oh! Schnell. Oh, abgefangen. Ja. Hab ich. Mach mit dazu. Drauf, jetzt, drauf, drauf. Kommt der nicht mehr. Oh mein Gott. Oh! Ja! Ja! 30. Minute, Alter! Was ist das? Was ist das? Ich bin bis zur Linie gelaufen. Weil ich wusste, er dachte, ich spreche ab. Und... Okay, das war einfach Lack. Das war Lack, muss man sagen. Aber wir haben es erkennt. Aber wir haben es erkennt. Genau. Wir haben es erkennt. Das war einfach dumm. Alleine, alleine. Ja, ja. Kann ich schießen. Boah, Junge, das war's gewesen. Boah, was schmierig. Boah, hey, Junge, das war's. Was ist das? Wer weiß, wie schlimm warst du? Wetter geschossen? Ich. Wetter geschossen? Okay. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Mach mal rüber. Zieh hoch. Boah, was ist das? Ich hab alle weggenommen. Da waren einfach zu viele dann. Man muss einfach aufziehen. Lockier mich doch nicht da, der mitzupackt. Komm, komm, komm. Das wird ein Tor. Ei, 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 ei. Hab ich, hab ich, hab ich. Es ist noch. Es ist noch. Es ist noch. Jetzt überleg Spielen. Oh mein Gott. Mann ey, das war auch frei wie Sau da. Das hier. Mach Mitte zu, Mitte zu. So war es läuft. Hab ich. Aber komm. Außen weg, Junge. Ja! Nein! Warum mit die Mitte? Okay. Ja, schön. Nein, nein, nein. Ah, nein. Ganz genau. Komm, jetzt. Jetzt. Ja, ganz, ganz. Nein! Weg, komm mal weg. Hau ihn weg. Du bist das. Ah! Was machst du denn da? Erst mal ein bisschen Sliden hier. Boah! Ein Sahne-Megel. Zieh! Oh! Ja, Mann. Mit langen Weinen. Mit langen Weinen. Oh Mann. Ja, Mann. Mega Spannend! So, Alter. Ich würde sagen, Vorteile sind wieder leicht bei euch. Ja, ich kenne den Mann ab. Alter. Bisschen schneller. Habe ich doch direkt gedrückt? Ich meine, ein bisschen länger drücken, ja. Okay, jetzt klingt das jeden Fall, das haben wir vielleicht noch die schlechten. Ja, 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 ja. Ja, so einem schlechten Aufbauspiel, das... Ich würde mal gucken, wie sehr der innen schließen würde. Ruhig da am 16er. Ruhig da am 16er. Hui! Ohohoho! Meine gehen zu Bayern. Ich hab den Ball auf Fefa getroffen und so, oder? Warum ist da keiner? Ohohoho, wie legt der den? Du gehst voll zu, nein! Jawoll. Und knapp sogar. Oh mein Gott. Das muss ich machen. Jawoll. Jetzt ein schnelles Tor, komm. Oh mein Gott, der Ball liegt da einfach so sehr ruhig, Alter. Das ist gerade der Wähler zu denen einfach. Oh mein Gott. Mann, Alter! Komm, jetzt. Schieß! Oh ja! Mann, Alter! Du weg bist jetzt in den Kreisen. Kreis, Kreis, Kreis. Du darfst zwar vier, wenn wir auch rausgehen. Was soll ich denn machen? Jawoll. Jetzt einmal, 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 einmal! Einmal! Ja! Nur einmal muss das Ding klappen. Ja! Dann mach doch mal! Oh mein Gott! Elfmeta! Elfmeta! Hä? Ja, der hat auch gleich auf den Punkt gezeigt, oder? Ich weiß es nicht. Hä, was ist denn passiert? Ich glaub schon. Hä, was ist passiert? Oh Junge, mach den Save! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hä, was ist passiert? Ja, ich hab den gefoult. Oh nein! Jaaa! Oh Junge! Jetzt geht auf meine Kappe. Klar war nichts machen. Ich hab nichts gesagt. Alter, wir haben so ein ***, der mit zwei Händen schwer gekriegt. Abwehrringen. Jaaa! Was ist das Ding? Ey, was Alter? Nice, Mann! Junge! Das ist ein Elfmeterschießchen. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, ob ihr eine Revanche sehen wollt. Marius und ich gegen die beiden. Jaaa! Dann machen wir das auch. Kannst du einmal im Auto nicht essen? Das wäre super. Wir haben gewonnen. Wir haben gesonnen. Wir haben das Ding gewonnen. Hashtag unverdient. Hashtag unverdient. Hashtag. In die Kommentare. Alles andere wird rausgekattelt. Hashtag Glück. Hashtag unverdient. Schreibt in die Kommentare, welche Mannschaft findet ihr besser? Real Madrid oder Barcelona? Und natürlich Hashtag unverdient für die beiden. Stop das Ziel jetzt zu Ende ist.